4.30 Uhr. Ein traumhafter Sonnenaufgang. Aber deswegen sind wir nicht unterwegs. Wir fahren jetzt vier Stunden durch die Wüste, durch das Niemandsland, nach Abu Simbel. Diese Tempelanlagen sind bekannt aus dem Film James Bond und die Mumie. Lasst euch verzaubern, es ist wirklich gigantisch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020